Es ist das vorletzte Heimspiel der Saison. Es ist ein wichtiges Duell im Kampf um Europa. Die TSG empfängt den VfL Wolfsburg. Damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Matchday-Sendung. Nach dem 5-2-Auswärtssieg auf Schalke hat die TSG die letzten vier Bundesliga-Partien alle gewonnen und bleibt damit im Kampf um die internationalen Plätze in einer aussichtsreichen Position. Wie es die zu verteidigen gilt, das weiß Pavel Kaderabek. Er ist im Interview bei Delhi. Ja, Pavel, Interviews geben macht momentan viel Spaß. Vier Spiele nacheinander gewonnen. Was ist denn im Moment so euer Erfolgsgeheimnis? Ja, ich muss sagen, dass bei uns alles sehr gut läuft. Wir haben eine gute Stimmung in der Kabine und das ist das Wichtigste. Wir haben jetzt ein paar Spiele hintereinander gewonnen. Und ich muss nur sagen, dass wir weiter so. Absolut. Weiter so gilt dann am Sonntag gegen VfL Wolfsburg zu Hause in der Prezero Arena. Auch Sie kämpfen noch um einen europäischen, internationalen Platz. Genauso wie wir. Was erwartest du für eine Partie? Ja, das wäre ein schwieriges Spiel, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt eine gute Chance, vierten Platz zu schaffen. Und das wollen wir machen. Unser Abstand auf Frankfurt ist jetzt nur drei Punkte. Und wir wissen alle, dass unsere Chance jetzt ein bisschen größer ist. Und dafür machen wir alles. Und dafür müssen wir auch jetzt am Sonntag gewinnen. Ein verdammt wichtiges Spiel. Die drei Punkte sind unheimlich wichtig, Pavel. Im Hinspiel haben wir unentschieden gespielt gegen Wolfsburg. Wie schaffen wir diesmal dann im Rückspiel jetzt die drei Punkte? Ja, wir müssen auf jeden Fall spielen wie in Wolfsburg, aber in der zweiten Halbzeit. Nicht wie in der ersten. Das war nicht so gut von uns in Wolfsburg. Aber wie ich gesagt habe, unser Ziel ist gewinnen. Und dafür machen wir alles. Und wir glauben an euch. Vielen Dank, Pavel, dass du bei uns warst. Und über deinen Besuch gefreut haben sich auch unsere kleinsten Fans. Das gibt es jetzt in unseren Kurznachrichten. Ein Star zum Anfassen. Pavel Kaderabek macht 30 Nachwuchskickern der TSG-Fußballschule eine große Freude. In einem dreitägigen Übernachtungscamp trainieren die Jungs aus ganz Deutschland unter Anleitung von TSG-Trainern und blicken hinter die Kulissen der Pre-Zero-Arena. Eine Autogrammstunde mit Pavel inklusive. TSG? Hoffenheim! Fahnenmalen gegen die Wölfe. 25 Kids des Hoffi-Clubs haben in der Bitburger Fankneipe individuelle Banner mit dem Maskottchen, dem TSG-Logo oder persönlichen Widmungen an die Spieler gestaltet. Gemeinsam mit Hoffi präsentieren die Künstler ihre Fahnen in der Stadionshow vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Gleich gibt es noch ein paar mehr Argumente, am Sonntag live in der Arena dabei zu sein. Vorher aber machen wir einen kleinen Abstecher in die Pressekonferenz der Wolfsburger. Ich denke schon, dass es, wenn ich beide Mannschaften so sehe, dass es ein offensiv geführtes Spiel wird. Das glaube ich schon. Wobei beide Mannschaften auch in der Lage sind. Auch Hoffenheim sehr kompakt und auch mal gut zu stehen. Man sieht, dass sie schon jetzt wirklich eine ganze Zeit lang zusammenspielen und zusammenarbeiten. Viele Spieler lange schon da sind, dass da einiges eingespielt ist und dass sie verschiedene Stilarten auch spielen können. Also offensiv, wir aber auch mal gut stehen und dann auch den Gegner auszukontern. Es wird ein heißer Ritt werden. So viel steht fest. Was aber auch feststeht ist, die TSG ist zu Hause eine Macht. Von den letzten fünf Heimspielen gegen die Wolfsburger haben wir keines verloren. Drei Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Aber nicht nur im direkten Vergleich mit den Wolfsburgern haben wir die Nase vorn. Auch im Gesamt-Bundesliga-Durchschnitt gibt es kein Team, das aus den letzten sechs Spielen mehr Punkte geholt hat. Einer der Keyplayer der letzten Wochen ist Nadim Amiri. Sowohl gegen Berlin als auch zuletzt auf Schalke traf das TSG Eigengewächs. Gegen die Königsblauen kommt sogar noch eine Torvorlage dazu. Hoffentlich kann er diese Serie auch am Sonntag fortsetzen. Und wenn das immer noch nicht genug Gründe waren, am Sonntag in die Arena zu kommen, habe ich jetzt noch einen mehr. Ihr könnt nämlich auch gewinnen. Unser Wettpartner Interwetten ist Sponsor of the Day und verteilt vor dem Spiel rund um die Arena diese Flyer mit Gewinncodes. Drei dieser Codes werden dann in der Halbzeit gezogen und gewinnen coole TSG Fanartikel. Viel Glück. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.